Guten Tag, der Don Hoxton und ich, die Rocklady, präsentieren euch ein weiteres Teil des Puzzles von Division 1. Ja, Don, wir machen weiter. Genau, und zwar Kopfgeld Michelle Mason. Die holen wir uns jetzt, die Dame. Keiner weiß, wo sie steckt, aber wir werden sie jetzt finden. Warum da lang? Ja, wir können auch da hinten langlaufen. Genau, komm. Kürzen wir ab. Genau. Wir sind ja nicht blöd, ne? Nein, auf keinen Fall. Wir laufen zwar manchmal in die Gegnerscharen rein, aber... Ja, absolut, aber... Das hat mit Blödheit nichts zu tun, sondern... Nee, mit Unwissenheit. Ein bisschen... Ein bisschen wagemutig, sagen wir das mal so, ne? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Kann man so nicht sagen. Wir können ja hier rüberklettern, ne? Äh, nein. Doch. Ach doch? Ja. Ich bete für Sie. Ja, Sie brauchen mich mit mir nicht beten. Ich kann doch alleine. So, hier ist... Oh, warte mal, Leute. Dr. Kendall quatscht die ganze Zeit von irgendeiner Wohnung. Wissen Sie, was da war? Oh, warte mal, der braucht was. Für diesen Segen werden Sie zehnfach entschädigt. Na, bestimmt. Okay, weiter. Also, jetzt mal ehrlich, ne? Ich hab mich immer darüber aufgeregt, dass man damals in dem Spiel, der ich siehe, so viel laufen musste, weißt du? Ja. Aber hier rennst du ja nur. Ja. So geh ich, ne? Weiß ich nicht. Wir gehen mal näher ran. Nee, sie ist grün. Ja, das ist halt Amerika. Amerika ist halt alles ein bisschen größer, ne? Ja, aber das wäre doch kein Problem, hier, weil man ein Auto zu haben. Oh, was macht der hier? Äh. Ähm. Ich will das nicht wissen. Nein, ich lasse meine Hose an. Was macht ihr da? Hört auf uns zu streiten. So, hier soll's sein. Okay. Ersten Leutnant neutralisieren. Oh, schau, wie da so ein Leutnant, ey. Gelber. Zweiten Leutnant neutralisieren. Oh, yeah. Alles Gelbe. Das wird lustig. Oh, scheiße, ey. Die sind da hinten, irgendwo. Ja. Langsam vorrücken, immer. Ja. Ich rücke. Ja, die kommen. Ich bin unbesiegbar. Er fühlt sich unbesiegbar, sagt er. Okay. Es könnte ein bisschen piepen. Schau mal, die ballern sich Drogen rein hier. Was? Ich könnte das Tag und Nacht machen. Okay, da hinten sind sie. Soll ich ein Geschütz stellen? Ja, ich mach auch auf der Seite. Warte mal, ich komm erst mal zu dir. Komm mal hier rüber. Dann stellen wir oben auf den Eumelbums da was drauf, ne? Ich frage mich, wo das Dollargift herstammt. Ich stell's dir auf den Boden. Okay. Bist du bereit? Ich stell's jetzt ab. Ne, das war falsch. einer ist down der ist auch down der bereich ist sicher soweit ich rücke vor oder ist bei dir noch einer angezeigt hatte ich rücken stück vor dem gebäude oder was ja mal die an die ohren voll die zeit verloren hier ist ein ziel angezeigt verloren hier rein und natürlich eine waffenkiste zum auffüllen das heißt immer gegner das heißt nichts gute so hier sind sie warte wenn ich so weit vor geschützt nehmen warte rollmine erst ich weiß die rollmine bande ach wo willst du ihn er ist tot habe ich weg gemacht gemacht es kommt michel dran warte ich rück mal weiter vor wo sind sie denn wir sind hier drin im gebäude rechts rechte seite geradeaus und oben oben scheiße von ihr trefft ja das tat weh ich kümmer mich und sehe dahin wieder einer daun nur noch die da oben oder in der oben okay treffe ich die treffe ich von hier nicht jetzt aber abwechselt die hat nicht mehr viel rüstung die rüstung ist weg jawohl ich hoffe du hast keine blutzecken auf der ausrüstung die kriegt man nur ganz schwer wieder raus aber super gemacht noch mal gucken wegen ausstattung ich glaube ich kann ein bisschen auch hier ist noch was rot die richtung hier ja sekunde ich muss auch mal eben gucken man haben wir da rüstung stufe 13 ist aber schwächt wollte sie haben ja ich habe alles aber lieb gemein tanke tanke anke danke viel tanke viel tanke ja ja was haben wir jetzt gesagt als nächstes in den nächsten ja warte wir müssen noch nach oben nach oben ach ja genau die ist doch da oben noch wie soll wir denn da rauf kommen ja warte mal ich muss mal eben helfen hast du noch mineralwasser ja bestimmt lassen sie mich jetzt einfach hier zurück habe ich nicht kein grund zu mir zu sein komm wir denn da hoch komm mal weiter komm mal hier lang muss hier irgendwo rauf gehen meine güte schätzchen ich habe schlechte nachrichten ein paar sehr nette leute werden von plünderern als geicheln festgehalten ne 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 was ist nur aus der moral der leute geworden ich schicke dir die koordinaten da habe ich erstmal nichts mit zu tun hier war ein gerüst hier ist ein gerüst aber müssen wir irgendwo rauf kommen warte mal hier kommt mal rauf ah hier hier wo ah da hast du gut gesehen dann wirklich super super gemacht ja das war schon äh nicht schlecht schneid schon wieder ok alles eingesammelt ja ja auch mal gucken was ich da ausstatten kann öh ich guck auch noch mal aber diese sachen sind schwächer lang ob alle schwächer ja ja genau aber der hat ne ne mod gott wie der hat ne mod kurz optik aber ist auch schwach ja auch schwach wir haben eigentlich viel zu starke klamotten schon ja wir sind auch im anderen gebiet gewesen vorher deshalb ja dann machen wir den anderen nebeneinsatz ja genau warte private of brine das war der moment hier ist noch eine telefonaufzeichnung ne war war der jetzt keine aber äh lass uns mal oder komm wir machen den nebeneinsatz wo das aber die noch eben machen und dann den nebeneinsatz ja nein wir machen jetzt die telefon die kommen lassen wir mal gucken telefon aufzeichnen ja ich sehe die nicht dann lass uns mal wie du siehst die nicht bin blind warte mal die muss die ist unten irgendwo ja ja ich sehe schon jetzt wo du sie markiert hast sehe ich sie auch irgendwo unter uns drunter ne ja aber wie kommen wir dahin äh ich hab keine ahnung äh ich würd sagen wer mir geht ja ja da sind geh ich dann dann machen wir die auch noch weg komm die sind da gerade einmal dran wo sind die ich hab sie warum denn nicht komm mal das wäre mal schön wenn du mal was sagen würdest verliert keine zeit was ja oh ist da noch einer ja da war ja entschuldige bitte ich war wieder so überall ja du musst was sagen ey das ist äh da ist noch einer ja irgendwo oh da hinten liegt noch noch was auch hinter ist noch was alles einsammeln da ist wieder in loot laute nicht aber ich muss das ja machen ja ja ich weiß nicht unten ja weiter komm wenn es überhaupt einen unten gibt irgendwie gibt es hier keinen unten ne kann das sein schon komisch irgendwie ne so ein eumelbums kann ja nicht sein oder das ist wieder weg ja komm zurück komm also hier irgendwo soll die vielleicht geht's hier irgendwo rein oder was vielleicht haben wir irgendwas übersehen geht's hier im gebäude rein oder so nein ja wenn ich ist auch egal eigentlich jetzt hier rein auch nicht bestimmt nicht komisch sehr komisch leute ja absolut weil er sagt in 23 Jahren 30 Metern wäre die Telefonaufzeichnung ok aber ich sehe keine äh sehr seltsam ha ich hätte es gedacht wenn wir hier irgendwo reinkommen würden in so ein ja 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 komisch komm mal weiter ja ja aber da kommen wir ja oder meinst du komm mit naja komm mal einfach mit hey hört auf uns zu streiten da meine Güte Schätzchen ich habe schlechte Nachrichten ja komm da machen wir dann auch noch hier sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten was ist nur aus der Moral der Leute geworden ich schicke dir die Koordinaten da ist der nächste neben Einsatz private O'Brien ja was ich rede mit dem los wir sind hinter dir los 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 komm mit ich ja komm hier wir gehen rein du geh mal rein da sind sie Gegner ja kann heute jede Menge Gegner Aua danke ich höre eine Telefonaufzeichnung ja aber jetzt nicht ich hab sie unglaublich ey da ist doch jemand ne wir sind abgehauen wir sind abgehauen schlagt den ab wir sind dass sie auf unserer Seite sind oh mein Gott hast du Aria ein neues Video schon gesehen? scheiße das ist total geil sie sieht so toll aus hast du gehört dass sie mit dem Sänger dieser schwedesten Band ausgeht? jeden Fall oh der ist so süß sein Haar ist göttlich ich liebe ihn so sehr sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein hör auf zu telefonieren du musst dir die Nachrichten ansehen ich muss auflegen Mama wird neidisch ich ruf wieder an ok dann bis später bye kein Fenster den 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 das war es okay das Versteck erreichen ich habe ordentlich granaten geworfen hast du gesehen ja ja ist ja gut trotzdem die eine die alle immer noch nicht gefunden die telefonaufzeichnung ja hier ist aber noch eine hierhin verstehe auch irgendwie nicht dass sie immer so vorrennen muss so erledigt ich wollte gar nicht vor wenn ich mir irgendwo soll die telefonaufzeichnung sein hier unten irgendwo kann ich ihnen helfen wo ist die denn er gibt es doch nicht das versteckt der plünderer erreichen dann kann ja so ich finde diese scheiß telefonaufzeichnung kümmern uns gleich drum ich komme wieder zurück der komma zu mir geht hier weiter hier dann aber halte ich mal ein bisschen zurück nein das meine ich nicht bei dem nächsten teil weiter also leute macht gut bis dann tschüss